Wer im Vorarlberger Hohen Emser ein gemütliches Restaurant sucht, wird in der Emser Kaffeebar fündig. Mittagsmenüs mit Fleisch- und Fischgerichten, Delikatessen vom Grill und allerlei traditionelle Schmankerl aus der Region haben dem Emser eine lange Liste begeisterter Stammgäste beschert. Das eingespielte Team achtet stets auf Qualität und Frische der Produkte, die in die meiste Küche gelangen. Ob Abendessen oder Kaffeepause, die familiäre Atmosphäre lädt stets zum Beisammensein ein. Auch für Feierlichkeiten aller Art ist das Restaurant in der Radetzkystraße ein heißer Tipp. Firmen- und Geburtstagsfeiern, Polterabende und Weihnachtsfeiern werden hier mit Sicherheit zum gelungenen Event. Ein separater Raucherbereich sowie ein großzügiger Gastgarten machen die Emser Kaffeebar zum allseits beliebten Restaurant von Einheimischen und Touristen. Einheimische Musik Vielen Dank.